Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von LS15. Ja, da müssen wir noch grubbern. Wir sind da jetzt im Minus. Aber das ist ja nicht schlimm. Nein, der kann da selber hinfahren. So, wir warten ja immer noch, dass das Feld hier fertig ist und es ist im letzten Wachstums-Stadium. Ach, Timer an? Gut. Ich wechsle hier schon wieder nur die Fahrzeuge. Merke ich schon. So. Ich sollte vorm Aufnehmen nichts trinken. Nochmal gucken? Nee, immer noch nicht. Habe ich Wachstüm? Wachstüm, ja. Ja, habe ich. Gut. Sorry, sorry, sorry. Schon mal Licht an? Gleich 2000 Minus. Wir haben ja schon Kühe, ne? Kann ich ja gleich mal gucken nochmal. Es gibt aber schon ein bisschen Geld. Das ist schon mal gut. Wir laufen zwar nur auf 10%, aber wir sparen ja gerade auf das Mischteil. Die Mischstation. Das dauert ewig. Bis bald. Ti-tent. Hilfe aus. Wir müssen, glaube ich, den Grubber gleich mal ausstellen. Sooo, oh, nö, nicht so weit. Vorne reicht. Jo, oh. Komm, wir dran vorbei, komm, wir dran vorbei. Und nimm alles mit. Jawoll. Jo. Müssen wir gleich den Hänger umstellen. Und es war 0 Uhr. Milch wurde verkauft. Ich mach das nicht per Hand. Das dauert mir zu lange und so. Und. Fertig. Der macht das auch alles. Das ist. Ja, fahr. Kein Geld für den Helm, oder was? Ey. Tatsächlich. Warte, machen wir mal Tempo wieder auf 15. Können wir ja schon mal was verkaufen, schnell. Kann ich dann echt keinen? Aber ich kann doch... ...den... ...den Drescher... ...den Helfer anmachen. Oder ich find echt zu dumm dafür. Das kann natürlich... ...zutreffen. ...dass wir wieder auf die Kühe schalten. Wasser. Erhöht die Produktivität auch. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Hoffentlich nicht. Wenn, dann entschuldige ich mich. Telefon klingelt. Komm, was schneller. Oder ich muss da echt per Hand... ...die Rüben... ...äh, Kartoffeln ziehen. Oder... ...oder... ...äh... ...ne. Das Ding hab ich ja gekauft. Ich dachte nicht, ich hab das falsche Teil gekauft. Mit falschen Ernten. Und Dach, wir sind wieder da. ...dach... Ich glaube, ich stelle mich jetzt richtig blöd ein. Hehehe. Wartet mal. Vielleicht sollten wir erst mal. Gehen wir jetzt verdoppelt Geld aus. Aber vielleicht geht das ja einfacher. Erstmal das Kraut weg. Könnte natürlich besser funktionieren. Könnten wir ja mit dem grubber Fahrzeug. Den Ertan ziehen. Ja, weil er jetzt hier schon Dingset hat. Da der Part wieder vorbei ist, sag ich mal wieder. Guckt mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist Twitter und Facebook verlinkt. Lasst einen Kommentar da, ein Däumchen nach oben und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Dann verpasst ihr nämlich nichts mehr. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part, der morgen kommt. So. Ich stelle schon mal an. Naja, ich sag dann Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.